Grüß euch, Leute, und zum nächsten Video. Ja, wir steigen da in Klagenfurt auf einen Holzplatz. Geklont haben wir Holzbalken, 23 Tonnen. Die Firma nach Settberg. Hauptplatzkontrolle ist gemacht. Dann schauen wir, dass wir auf sie kommen. Ein Stück Koforen. Ja, dann waren wir auf der Straße und sind dann Quatsch. Die Firma nach Settberg. Komm an. Komm an, Billy. Komm an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020